Der Leitindex S&P 500 hat gestern zum sechsten Mal in Folge ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis generieren können. Warum ist das so? Weil das Goldilocks Szenario aus Sicht der Märkte noch voll intakt ist. Und dieses Goldilocks Szenario lautet, wir haben doch eine starke Wirtschaft, alles fantastisch. Wir haben auf der anderen Seite eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation, die jetzt ein bisschen hoch ist, bald wieder zurückgehen wird. Denn das hat uns doch die FED erzählt und die FED ist deswegen nicht wirklich besorgt und hat es nicht wirklich eilig, diese ultralaxe Geldpolitik, die diese Rallye an den Aktienmärkten ja ermöglicht hat, irgendwie zu verändern, zumindest zu schnell zu verändern, das bisschen Taper Talk, das bisschen Gerede über mögliche Reduzierung der Anleihekäufe. Das stecken wir doch einfach mal weg, sagen sich die Märkte. Und heute haben wir die US-Arbeitsmarktdaten, die werden so eine Art Test, ein Lackmustest eben für dieses Goldilocks Szenario. Denn eins ist klar, wenn die Daten schlecht sind, dann wäre das, naja, nach den zuletzt ohnehin etwas schwächeren US-Arbeitsmarktdaten schon ein Beleg dafür, dass die Wirtschaft nicht so richtig vielleicht in den Boom kommt, wie man sich das vorgestellt hat vielleicht. Auf der anderen Seite, wenn die Zahlen zu stark wären, dann würde das natürlich die FED ein bisschen unter Druck bringen, denn Jerome Powell und andere haben es immer wieder gesagt, der Arbeitsmarkt ist noch nicht so weit. Wenn jetzt der Arbeitsmarkt boomen sollte, wäre das natürlich dann letztendlich die Entkräftung einer Ausrede, die die FED damit ja erzielt hat. Schauen wir uns mal die letzten US-Arbeitsmarktdaten an, waren eigentlich durchweg unter der Erwartung. Auch die letzte Zahl, 559.000, da waren 100.000 mehr erwartet, aber vor allem da die Zahl aus April war sehr, sehr schwach. Heute kommen ja die Junidaten mit 278.000. Jetzt sind natürlich in vielen Bundesstaaten diese sogenannten Unemployment Benefits weggefallen. Das heißt, die Leute können sich nicht mehr so ganz entspannt ausruhen wie zuvor und kriegen trotzdem schön das Geld. Goldman Sachs erwartet jetzt 750.000 Stellen, die Konsenserwartung liegt bei 700.000, also Goldman Sachs ist ein bisschen drüber. Man sagt, ja, da kommen einige Junge jetzt auf den Arbeitsmarkt, also die, die praktisch jetzt studieren oder vielleicht in die Schule gehen, die werden irgendwelche Kurzzeitjobs antreten, das sind durchschnittlich 1,8 Millionen, typischerweise im Juni. Und eben dann diese Unemployment Benefits, die jetzt so ein bisschen auslaufen. Es gibt unterschiedliche Indikationen mal wieder für die heutigen US-Arbeitsmarktdaten. Bei den Einkaufsmanager-Indizes eher schwach. Die Komponente Beschäftigung der ADP am Mittwoch war relativ gut. Also es ist wie immer das Spiel. Es gibt Faktoren, die für eine starke Zahl sprechen. Faktoren, die für eine schwache Zahl sprechen. Schauen wir uns hier mal die Schätzungen der Wallstreet-Banken an. Die schwanken von einer BMO 550.000 als niedrigste Schätzung bis sind die 860.000 als höchste Schätzung. Auch hier mal wieder Konsens ein bisschen. Die Banken, das gilt auch für Kursziele, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Alle liegen so einigermaßen um den Konsenswert von 700.000 herum. Also so richtig aussagekräftig ist das nicht. Aber vielleicht diese Statistik ist aussagekräftig. Das sind nämlich die Non-Farm-Payroll-Adjustments, die Seasonal-Adjustments, die saisonalen Anpassungen. Und da sehen wir alleine im Mai gab es 414.000 Stellen, die man hier rausgerechnet hat wegen saisonaler Anpassungen. Wir hatten im April 819.000 Stellen, die mal durch saisonale Anpassungen kurz weggestrichen wurden. Wir haben also in den letzten vier Monaten saisonale Anpassungen gehabt, die viele hunderttausend Stellen plötzlich haben verschwinden lassen. Ob das alles Sinn macht, ob diese Zahl letztendlich ausgewürfelt wird aufgrund eben dieser Seasonal-Adjustments, das sei mal dahingestellt. Es ist jedenfalls ein Faktor, der extrem volatil ist, der schwer zu berechnen ist. Dementsprechend wundert man sich dann über die Konsens-Schätzungen der Banken, die da alle ziemlich beieinander liegen. Wenn hier mal plötzlich 800.000 Stellen irgendwie wegradiert werden oder hinzugefügt werden, dann ist doch eine Schätzung so schnell pulverisiert, so schnell kann man gar nicht gucken. Hier nochmal ein kurzer Überblick. Deswegen wichtig auch die Unemployment Rate, auch das ist ein Argument der FED, erwartet 5,7% nach letztem Monat, 5,8% Participation Rate, also der Anteil derjenigen, die überhaupt noch Arbeit suchen. Aber vor allem wichtig die Average Earnings Month to Month, also das, was sozusagen die Stundenlöhne zum Vormonat hier betrifft. Da erwartet man einen Anstieg von 0,4%, im letzten Monat schon plus 0,5%, Monat wie gesagt. Zum Vorjahr 3,7%, jetzt die Erwartung, das wird wirklich wichtig, denn da wird man eben das Ganze abklopfen. Auf Inflation, wie schaut es da aus? Wir hatten ja Chicago Einkaufsmanager Index vorgestern, gestern ISM Index mit extremst hohen Preisen, ISM mit dem höchsten Preis oder den bezahlten Preisen so hoch wie seit 1979 nicht mehr. Und hier sehen wir den Inflation Surprise Index, der schießt nach oben. Allerdings sagen sich die Märkte, das ist Transitori, das nehmen wir jetzt einmal nicht ernst, das kommt wieder zurück, weil es zurückkommen muss. Die FED hat es uns ja auch versprochen. Also passiert es auch, und man amüsiert sich hier teilweise köstlich. Hier ein Tweet, der sagt, okay, wenn jetzt die Lebenshaltungskosten sich verdoppelt haben, dann lassen wir die Preise mal 10% wieder fallen. Und sagen, dann schaut es her, es war doch alles transitory vorübergehend. Ja, so kann man sich das auch bei der FED vorstellen, die lachen sich da wahrscheinlich ins Fäustchen. Oder da ist einer, der wieder mal quer schießt, wir haben ja schon James Ballard, Robert Kaplan, diese zwei Bösewichter innerhalb der FED, die sagen, wir sollten mal mit dem Tapering beginnen. Also die Anleihekäufe reduzieren, wir sorgen dafür, dass die Wirtschaft zu heiß läuft, wenn wir diese Geldpolitik beibehalten. Harker, der Chef der San Francisco FED, scheint in dasselbe Horn zu blasen und sagt, ja, ich bin dafür, dass wir mit dem Tapering noch dieses Jahr beginnen. Eher sooner rather than later, also eher früher als später und das sollte beginnen so mit 10 Milliarden pro Monat. Naja, wenn man 120 Milliarden reinpumpt, dann 10 Milliarden weniger, dann wären wir immer noch bei 110 Milliarden und man soll das Ganze so einfach wie möglich gestalten. Ja, das ist natürlich eine schöne Absicht. Wir sehen, dass auf der anderen Seite die Break-Events, die Inflationserwartungen ein bisschen runtergegangen sind. Auf der anderen Seite sehen wir hier die Tipps, das sind die inflationsgeschützten US-Staatsanleihen. Also wer Inflation erwartet, der kauft gerne solche Tipps, weil er sagt, dann ist das Thema Inflation für mich irrelevant, weil das praktisch abgezogen wird. Und diese Tipps gehen hier nach oben. Das bedeutet, dass letztendlich hier dieser Markt zumindest hier sagt, naja, mit Transitory, das könnte anders aussehen. Da sind wir jetzt aus einem Seitwärts-Trend oder aus einem leicht abwärts gerichteten Trend, nachdem es vorher nach oben ging, wieder nach oben ausgebrochen. Und nach oben ausgebrochen ist auch, wie Sie hier sehen, der Dollar-Index unten in der Grafik. Das sieht schon nach einer ziemlich feisten Geschichte aus. Euro-Dollar 1,1840 um und bei der Zeit. Wir sehen, dass Gold natürlich darunter leidet. Letzten Monat war das der schlechteste Monat für Gold seit viereinhalb Jahren. Aber dennoch, Gold fällt jetzt nicht weiter. Man hält sich so in dieser Zone 1.775, obwohl der Dollar so stark ist. Das ist erstaunlich. Wir sehen also Dollar-Stärke. Wir sehen gleichzeitig, dass die Renditen nicht wirklich sich großartig bewegen. Auch da wird es spannend, wie man da reagiert auf die heutigen US-Arbeitsmarktdaten, auf die sich jetzt erstmal alles fokussiert. Im Grunde hat sich die ganze Woche so in einer Art Warteposition befunden auf die heutigen Daten um 14.30. Was noch auffällig ist, wir sehen, dass erstmals die Renditen für Junk-Bonds, also für eher zweifelhafte Unternehmensanleihen, die hoch riskant sind, die ausfallgefährdet sind, sind wir das erste Mal unter die Marke von 4% durchschnittlich gefallen. Das gab es noch nie. Es zeigt dieses Goldilocks-Szenario, oh super Wirtschaft, da geht schon keiner pleite. Dementsprechend sind wir froh für jedes Prozentchen Rendite, das wir bekommen und sei es von eher miserablen Unternehmen. Wir waren im Dezember 2008 mal bei 23%. Jetzt sind wir, wie gesagt, das erste Mal ever unter der 4% Marke. Noch ein paar andere Geschichten, Europa könnte jetzt bald die USA in Sachen Impfungen überholen. Deutschland hatte die USA schon überholt, also vielleicht muss man das auch mal jetzt sagen, dass es so schlecht dann doch nicht in Deutschland gelaufen ist nach Anlaufschwierigkeiten mit den Impfungen. Inzwischen haben wir die Amis überholt, da gibt es noch mehr Impfskeptiker als hier in Deutschland. Vor allem die Republikaner, die Trump-Anhänger sind da überdurchschnittlich begabt in dieser Hinsicht. Wir sehen also, dass das jetzt in Europa auch passiert, was in Deutschland geschafft wurde, dürfte in dieser Woche schon passieren. Die Amis kriegen die Impfquote nicht so richtig nach oben. Und wir blicken nochmal nach China. Hier ist ja der 100. Geburtstag der chinesischen kommunistischen Partei gefeiert worden. Xi Jinping hat gestern auch nochmal in seiner Rede klar gemacht, Taiwan, das muss heim ins Reich sozusagen. Das ist eines der ganz, ganz großen Ziele, die er sicherlich noch erreichen will. Jedenfalls sehen wir, dass die chinesischen Aktienmärkte wie der Shanghai Composite, dann kaum war dieses Geburtstagsfeierlichkeit vorbei, ist er mal ziemlich abgestürzt, nämlich um 2% typisch für die Märkte in China. Man versucht die Märkte eben oben zu halten zu irgendwelchen Feierlichkeiten und wenn die Feierlichkeit vorbei ist, dann sagt man sich, egal, dann können wir das Ganze wieder ein bisschen nach unten lassen. Und vielleicht auch noch interessant hier, wie die South China Morning Post berichtet, China wird in den nächsten 5 Jahren 35 Millionen Arbeitskräfte verlieren. Klar, die haben ein paar Einwohner, aber die Demografie sieht nicht gut aus in China. Auch dort wird der Individualismus bald größer werden durch die Ein-Kind-Politik. Die Eltern stopfen alles rein in dieses eine Kind, das sie haben. Das ist dann ein bisschen verwöhnt, dieses Kind. Das hat bestimmte Ansprüche, das will leben wie wir im Westen sicherlich. Also da kann man gespannt sein, wie diese ganze Geschichte noch weitergeht. Auch gespannt sein natürlich, kann man sein auf die US-Arbeitsmarktdaten heute 14.30 Uhr bei Finanzmarktwelt.de und ich hatte es gestern schon gesagt, Boom und Basten, meine Damen und Herren. Nächsten Donnerstag, 18.30 Uhr mit Roland, Ulrich und mir über das Thema Inflation und die Urangst der Deutschen vor dieser Inflation aufgrund der Hyperinflation in den 1920er Jahren. Das wird so eine Mischung aus historischer Betrachtungsweise, dem was derzeit passiert, dem was vielleicht kommen wird. Ich denke, eine ganz interessante Geschichte. Würde mich freuen, wenn Sie da reinschauen. Und jetzt sage ich erst einmal einen wunderbaren Freitag. Servus und ciao. 14.30 Uhr, die US-Arbeitsmarktdaten.